Vielen Dank. Ich weiß ja, wie die das organisieren müssen und welche Trapazen sich da immer ergeben. Aber ich weiß auch, dass viele Hertaner uns immer fleißig unterstützen kommen. Deswegen danke erstmal an alle Hertaner, die vielleicht nicht ganz so weit fahren, aber trotzdem riesen Aufwand betreiben. Danke an alle Karlsruher, egal von wo ihr kommt, alle, die uns unterstützen in Kiel. Vielen Dank.